Schluss bei Atz! Franzisch Comedina steigt zum vierten Mal aus Kaum ein deutscher Substar verkündete so oft sein Serien aus und feierte danach so oft wieder ein Comic-Bug, wie Franzisch Comedina, 41. Der Schauspieler mimt seit 2007 mit, vielen, Unterbrechungen den Maximilian von Altenburg in der RTL-Serie Alles was zählt. Aktuell hat er dort eine Affäre mit Michele, 29, doch die endet nun. Genauso wie vierte Spielzeit – er verlässt die beliebte Sorte nun wieder. Wie RTL jetzt verkündet, wird Medinas Rolle Maximilian bereits am Montag die Serie überraschend und Hals über Kopf verlassen. Wie und warum genau er geht, wird dabei noch nicht verraten. Der Schauspieler richtet aber schon vor seinem Abschied in einem RTL-Start-Themen einige Worte an seine zahlreichen Fans, ich wollte mich nochmal total bedanken für die Zeit hierbei. Dafür, dass ihr alle eingeschaltet habt. Punkt Komma Ich spiele sehr gerne für euch. Das war eine tolle Story und ich freue mich darauf, wieder zu kommen. Scheint also, als sei auch dieser Abschied von Maximilian von Altenburg nur von gewisser Dauer. Offenbar plant der Schauspieler schon jetzt sein nächstes Comeback. Es wäre das fünfte für ihn. Schaltet trotzdem weiter ein, in der Zeit, in der ich nicht da bin. Ich freue mich sehr, bleibt gesund und munter, gibt er seinen Anhängern noch mit auf den Weg. Und wer weiß, vielleicht sehen ihn die Zuschauer ja schon früher wieder, als sie denken. Denn die Geschichte um Maximilian von Altenburg scheint wohl nie auserzählt zu sein. Tschüss! Schön! Karma! Suh! deemed aber foam! Untertitelung des ZDF, 2020